yo leute kurze stream ankündigung um 16 uhr wird wieder ein bisschen die wolf wie immer auf twitch wie immer gibt es den link unten in der video beschreibung also in einer guten stunde wird dann wieder ein bisschen die wolf gezockt safe und exe sind auch wieder mit dabei blackhawk bin ich mir nicht sicher der war ja gestern am ende des streams plötzlich weg keine ahnung was mit seinem internet da los war und ja also wir werden ein bisschen hunter zocken ich würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut 16 uhr und ja dann bis gleich war haut rein ciao ciao